Herzlich Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von Make-Up-Blocker. Jetzt wird's bunt und heute geht es mal um das Thema, was soll ich denn posten? Das ist immer so in meiner Community auch eine sehr oft gestellte Frage, wo es immer heißt Make-Up-Blocker. Naja, ich weiß immer gar nicht, was ich so posten soll und jetzt möchte ich dir mal so einen kleinen Gedankenanstoß geben, weil man macht sich oftmals viel zu viele Gedanken darüber und Social Media ist eigentlich ganz einfach zu verstehen. Denn Social Media ist ja nichts anderes, wie wenn du dich mit deinen Freunden unterhältst, wie wenn du mit deiner Freundin in die Stadt gehst, du unterhältst dich über Gott und die Welt, über den ganz normalen Alltag oder whatever. Wenn du zum Beispiel ein Business hast, natürlich kannst du Content bieten, du kannst den Leuten einen Mehrwert bieten, Tipps geben und so weiter in dem, was du gut bist. Aber oftmals ist es ja auch mal so, dass man vielleicht denkt, naja, was soll ich denn posten? Ja, mir ging es zum Beispiel heute so. Ich habe auf LinkedIn, wollte ich einen Post machen und habe mir überlegt, naja, was kann ich denn posten? LinkedIn ist ja eine Plattform, wo sehr viele CEOs und sehr viele Geschäftsleute sind, wo ich natürlich auch Geschäftskontakte knüpfen möchte. Aber wie oder was soll ich jetzt posten? Normalerweise, klar, zeige ich meine Expertise. Aber heute hatte ich so einen Tag, wo ich mir gedacht habe, naja, irgendwie mir fällt gerade kein Thema ein. Also, was mache ich? Die Sonne scheint, wir haben Samstag, ich bin gut gelaunt, also mache ich ein Selfie und schreibe einfach einen wunderschönen Samstag wünsche ich dir. Schön, dass du da bist. Fertig. Einfach mal nur so. Es muss nicht immer Content sein, denn es geht an allem, was wir machen, um Vertrauensaufbau. Die Menschen wollen den Menschen kennenlernen oder der Mensch kauft auch vom Mensch, habe ich auch schon mal gesagt. Und darum mach es dir nicht immer so schwer. Du kannst all das posten, worauf du gerade Lust hast. Und wenn du den Menschen gerade zeigen willst, wo du gerade bist oder was du heute machst oder nimm die Leute mit auf die Reise oder wünsche ihnen einfach mal nur einen schönen Tag oder einen schönen Start in die Woche oder ein schönes Wochenende. Oder es spielt keine Rolle, denn wie gesagt, es geht in allem, was wir tun auf Social Media, in den digitalen Medien darum, dass sie den Menschen hinter diesem Profil kennenlernen. Und dazu gehört einfach auch mal etwas ganz Plausibles oder was ganz Einfaches, wie einfach mal einen schönen Tag wünschen. Und darum, mein Tipp an dich, wenn du nicht weißt, was du heute posten sollst, natürlich, wir unterscheiden zum Beispiel ein Content-Post, wo es darum geht, Tipps und Tricks zu zeigen, das zeigt natürlich deine Expertise. Weil, wenn du zum Beispiel Menschen begeistern möchtest von dir, du möchtest Coachings anbieten oder wie auch immer, solltest du natürlich auch zeigen, dass du in dem Bereich auch Experte bist. Und darum machst du dann Content-Posts. Also, das steigert deine Expertise. Aber alltägliche Dinge, auch mal die Menschen mit auf die Reise nehmen, auch einfach mal einen schönen Tag wünschen, also in Anführungszeichen private Dinge auch mal posten, Das ist das, wo Vertrauen aufbaut und der Mensch kauft vom Mensch. Und Vertrauensaufbau ist mindestens genauso wichtig, als wie eben den Expertisenstatus zu zeigen. Also, immer eine gesunde Mischung. Darum, nochmal, mach dir nicht zu viele Gedanken, poste einfach das, worauf du Lust hast. Und wenn du gar nicht weißt, was du posten sollst, dann wünsch den Menschen da draußen einfach mal einen wunderschönen Tag. Rock the Make-Up, vielen lieben Dank fürs Zuhören und wir hören uns wieder bei der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, Make-Up Rocker, jetzt wird's bunt.